Jawohl, alles klar, Kanko sie. Ja, von welchem Land kommst du hier? Ich bin von Ghana, aus Ghana. Und Schuhe auch aus Ghana? Schuhe, nein, alles von Moschee geklaut. Wie? Ja, weil du kannst ruhig in die Kirche gehen mit Schuhe. Ja? Aber Moschee darf nichts. Ja? Alle draußen lassen, ich hol sie nachher. Das gibt's doch nicht, Bruder. Doch, ist Haram, aber egal. Egal? Jawohl. Das sind alle Schuhe von Moschee. Und jedes Paar Schuhe hast du sechs Monate Garantie drauf. Und steuerfrei? Nach sechs Monaten wieder in den Container werfen, hol ich wieder raus. Und steuerfrei? Bruder, steuerfrei? Alles steuerfrei. Alles schwarz? Alles schwarz. Subhanallah. Sobald Angela Merkel lebt, ich lebe noch. Maschallah, das ist... Ja, bei Merkel ist meine Tante. Das ist deine Bruder? Die Schwester von meinem Vater. Aha, okay. Die Schwester von meinem Vater, Honecker. Er lebt noch, aber in der Hölle. Und letztes Mal hat du mir erzählt, dass die kommt von den Saddam Hussein Schuhe? Das ist Schuhe von Gaddafi. Gaddafi? Ja, er hat von Saddam Hussein bekommen. Jetzt aber nichts mehr. Alles gut. Dann habe ich bekommen. Bruder, dann wünsche ich dir alles Gute. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Vielen Dank.